Bleibt hier ein Fahrt RE 76 nach München auf Bahnhof über München-A-Ding in den Abschnitten A und B mit RE 70 nach München auf Bahnhof über München-A-Ding in den Abschnitten B bis B, Abfahrt 15 Uhr anringt. Vorsicht bei der Einfahrt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020